Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich bin heute wieder auf die Jagd-Nachden-Ticket und heute habe ich mal wieder das Spiel Lord of Heroes. Ich starte das Spiel mal. Vollbild rein. Und go, 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 go. Achso, habe ich Sound an? Natürlich nicht. Jetzt. So, ich werde probieren, die Dailies zu machen, weil er mich da nicht wieder aus dem Spielraum schmeißt. Lord of Heroes. Da bin ich, Red Bartok. Na, das... Das ist wirklich ein bisschen zu machen. Ja, das ist das. Das ist für ein Lade mit einem Rollen. Lade ist alles das, wenn ihr alle mit einem Glück, die ich befreue. Ich glaube, das ist das. Lade, wo du siehst? Ich muss mir alle Nachrichten anschauen. Und hier, was muss ich hier mehr gucken? Ach, das war's. Da oben ist ihm Nachrichten. Nein, nein, nein. Okay, die zwei bleiben dann da. Oh? 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 Ich hab' 3 von 73 Helden. 1, 2, 3, 4. Ach, das schaff ich locker. Kom. Automatik drin. Dann war ich hier unten auf. 2-faches H-, 3- fache. 3-Falge- h Hobby ein. Kann das sein, dass der ein bisschen größer geworden ist? Kann das sein, dass das ein bisschen größer geworden ist? Genau, Schneider, habe ich mir gut gelesen. Schneider, du willst ja nicht gehen. Und 1000er. Ja, du willst ja nicht. Ja, du willst. Gehen wir. Gehen wir. Gehen wir. Exelion. So, ja. Ich bin... Ich bin... Ich bin... Nicht wie ein Kind von Dich? Ich bin... Das ist ein Kind! Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin die Spieler von Grangerus, um mich zu keine Liebe! Ich habe mich nicht so gut, wenn ich mich hier so fühle, wie sieht es... Ich bin so... Ich habe mich nicht so gut... Wenn ich mich mit den Anfabeln und den Anfabeln bin, dann bin ich auf die Anfabeln... Ich habe mich sehr überraschend... Ich habe mich sehr überraschend gemacht, dass ich mich sehr überraschend bin. Wie ist das hier in diesem Ort? Ich habe mich überraschend, dass ich mich nicht überraschend bin. Oh, ich habe mich nicht verraten. Untertitelung des ZDF, 2020 Diese Schneider wird von Kishidou und von Röden überwürfen. Das ist gut! Ich werde mich in die Flügel verletzen. Das war's für mich. Das war's für mich. Amen. Oh, vier Sterne Schwert. 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 dann wird er jetzt aufgestuft, automatisch und go Ok, weiter geht's Go, 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 jetzt kommt der Boss, ne? Ach, ich werde rausgeschmissen Sind schon 10 Minuten vorbei Jo, ok, dann sag ich mal Dankeschön fürs Zuschauen Ich würde mich freuen, wer da mal denkst du dabei seid Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen Auf Wiedersehen, den Teochel noch hin Tschüss